Hi, ho! Hier ist Ronja und heute spielen wir mal eine Hockey-Map, wenn ich das richtig sehe. Bist du alter Hockey-Profi? Ich gehe übrigens mal ins rote Team. Ich gehe in die Hocke. Stark! Schon gewonnen, durchgespielt. Okay, das war's dann. Bist du im blauen Team drin? Ich sehe ja, du kannst hier alles... Warte, 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 wo ist das Team? Du musst auf die gegenüberliegende Seite, dann kannst du in ein Team joinen. Tipp! Ich muss blau sein und du bist... Also, ich bin jetzt blau. Du bist blau. Ich kann nicht den Tipp lesen, weil der ist abgeschnitten bei mir. Okay, los! Okay. Drei, zwei, eins. Okay, go to the center. Ey, der Puck spawnt! Oh, 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 okay, wir spielen wirklich Eishockey gegen den... Oh mein... Oh nein, 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 ha. Nein! Floor! Das ist wie Fußball. Muss ich rechte? Ey, 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 ey! Stopp, so war das nicht geplant. Aber der Puck ist relativ gut, der Dynamik. Oh, hier sind Coins! Ist sie? Okay, so war das nicht geplant. Ich habe jetzt eine Respawn-Coin. Okay, nein, 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 nein. Oh, ich habe den Puck gestoppt! Ich habe den Puck gestoppt, ja! Ey, was machen denn Coins? Weiß ich nicht, kann ich reden, ich bin konzentriert. Äh, nein! Mist. Nein, 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 nein. Okay, pass auf. Tipp für Zuschauer! Ey, wie geunertet! Wir haben Zuschauer? Oh ja, die sind hyped. Nein! Für mein unglaubliches Eishockey-Gameplay. Oh ja, oh ja. Oh, stimmt, ist das, wo es rutscht? Oh nein, oh nein, das ist nicht gut. Rutschen ist ein Hindernis. Und Hindernisse mag niemand. Oh nein, Flo, geh weg. Ja, das ist ein Tor! Nein, fast. Oh gut, dass du den zur Seite gekickt hast, das ist sehr stark. Gibt es Out hier, oder? Ich weiß nicht, ich glaube, es gibt kein Out, nein. Au. Oh, oh, oh! Ey! Ey, schubst du mich da nicht? Das geht. Das geht. Okay, aber das ist gut, dann kann ich foulen. Schembar foult hier Flo lieber. Warte, warte. Der Puck ist in... Nee, 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 der Puck ist an einem unbekannten Ort. Falsche Richtung. Okay, pass auf. Das ist ein Tor. Ich sehe das Tor schon kommen. Oh, man muss... Es geht bis fünf Tore. Ich kann es... Ey, ist das ein Tor eigentlich, oder heißt das irgendwie anders? Oh, warte mal, hier ist was. Ich weiß es nicht. Ich glaube, es sind Tore. Nein! Ja! Okay, aber egal. Aber ich habe jetzt... 25 Coins habe ich jetzt gekriegt. Ey! Oh, warte. Ich habe jetzt den Hockey packt. Oh, das wäre super gut gewesen, wenn ich das... Was? Was? Nee. Oh nein, oh nein. Nie im Leben. Okay. Nein! So was gibt's? Ja, es gibt ein Ding, was den wieder auf die Startposition bringt. Nein, 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 nein. Ja! Ja, ja, das war... Was? Nein! Flo! Geh doch weg! Geh doch weg! Geh... Hör doch auf! Willst du mich veräppeln? Ver... Nein! Nein, 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 nein! Ja! Nein, oh! Ich hatte früher als Kind so eine Art... Oh! Eishockey-Tischding. Hast du in echt schon mal Eishockey gespielt? Äh, nee. Wie gesagt, ich hatte dieses Eishockey-Tischding, das war super. Das war richtig alt, das war von meinem Dad noch. Nein! Und das war mit so Metallfiguren. Und dann konnte man das so wie so Tischkicker, aber mit Eishockey und den Kleinen. Ich hab so ein Tischtennis, äh, nicht Tischtennis, ja, ist denn das Tischfußball? Ne, das war aber kein Tischkicker, das war Eishockey-Tischkicker. Und du hattest auch einen Puck, aber das war halt kleiner, das war nicht wie so ein Riesentisch. Nein! Ja, warst du schon mal Eishockey? Ja, aber ich bin gänzlich untalentiert. Oh Gott, Mist. 2-2. Was ist mit deiner Eishockey-Karriere? Läuft die gut? Meine Eishockey-Karriere? Ich hab mal meine Zunge an so einen Posten hier drauf gemacht. Oh, das ist unschön. Dann, wo die gerade, wo die einen fehlen wollte, hat mit meiner Mutter geschrien und da hab ich so Glück. Oh, aufgehört. Also Leute, macht das nicht. Da kann eure Zunge wirklich abbrechen, wenn ihr das macht. Abbrechen? Das klingt widerlich. Ja, wenn du die Zunge... Tor! Nein! Das war knapp, das wäre fast schreingegangen. Auf so einen Pfosten oder auf so einen... Aber warum würdest du das auch machen? Das ist einfach eine furchtbare Idee. Also... Ja, das habe ich auch gemacht. Leute, mach ich nicht. Wenn ihr... Dann friert eure Zunge ein und dann friert... Dann bricht sie wirklich ab. Das ist doch... Also... Das ist doch den Wahnsinn. Oh mein Gott, ich bin so ein Eishockey-Pro! Da müssen die Ärzte einen Teil von der Zunge wegmachen und einen Teil von dem Pfosten. Weil auch einen Teil von dem Pfosten? Wie? Ich weiß es nicht. Die müssen dann... Es macht gar keinen Sinn, wenn sie schon... Also Leute, macht es nicht. Oh nein. Okay. Ich bin... Ich bin auch nicht. Ich bin... Nein, Florian! Geh doch weg! Oh! Getunnelt! Ja! Oh nein, geh weg! Geh weg! Mach dich... Mach dich fort! Nein! Das war heute witzig! Es macht voll Spaß, aber... Ey! Hör auf, wie du schopst! Das ist nicht... Ich brauch mehr Power-ups! Nein! Dieser Respawn in Hockey-Power-Up... Wo gibt's denn? Wirkt ziemlich OP. Den gibt's immer wieder! Ja! Nicht dein Ernst! Hast du das gerade gedeutcht? Ja! Oh mein Gott! You used to respawn Hockey-Power-Up! Ey! Freundchen, jetzt gibt's hier aber Stress! Alter! Das ist schon ein bisschen brutal! Nee! Oh mein Gott! Ja! Oh mein Gott! Ich spür's! Es wird... Oh nein! Ich wird über den Puck gehüpft! Hahahaha! Halt! Wo bist du? Okay, da! Da ist der Puck! Nein! Ah! Okay! Warte, jetzt hier! Hier! Okay, also auf meiner Seite ist das überhaupt nicht gut! Sollte auf der anderen Seite sein! Ich weiß es nicht! Ich sammle keine Coins! No! Hör doch mal auf, wenn mal Enderpellen einzusammeln! Das ist voll nervig! Hör doch jetzt auf! Nein! 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 Ah! 3 zu 3! 3 zu 3! Was macht das für ein Super-Hockey-Stick? Super-Hockey-Stick! Okay, das ist ein Super-Hockey-Stick! Ey, warum sponnt der bei mir Respawn-Hockey-Puck? Nein, weil du das letzte Tor geschossen hast! Jetzt hab ich Respawn-Hockey-Puck auch! Nein! Hä? Oh! Was? Broken! Oh nein! Das war knapp! Das war knapp! Das war so knapp! Wie hast du das gemacht? Ich hatte dieses Diamantschwert. Das ist quasi mit Super-Power-Up. Oh nein! Ja, wow! Free! Das war so free! Das war so free! Oh, das macht mich wütend! Oh nein! Was haben wir hier? Nee, nur eine Ender-Perle. Die werde ich nicht... Oh nein! Ich bin voll... Voll ausnah... Okay. Ey, ey, ey. Immer ruhig. Hör auf dich durch die Gegend zu Ender-Perlen! Das machen nur Cheater! Willst du... Willst du Cheater sein, ne? Ist das das, was du willst? Ich hab's dir auch machen! Mach ich das glücklich? Nö, ich will nicht. Ich hab mich dagegen entschieden. Ich bin nämlich kein Schummler. Außerdem hab ich das Gefühl... Ich port mich immer noch auf der Stelle mit Ender-Perlen. Aber das... Das hat nichts damit zu tun, okay? Oh mein Gott! Das ist... Die Spannung! Die Spannung! Es steht 4 zu 4! Wer ist ein Diamantschwert, der ist? Wenn ich jetzt... Oh, ich wünschte, ich hätte ein Diamantschwert. Wer ist Diamantschwert? Sieh! Gewinnt das Spiel! Nein, nein, nein! Nicht den Respawnhack! Das ist meine Gewin... Jetzt... Flo! Oh! Okay. Nein, 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 nein! Das ist richtig tense! Das ist... Okay, pass auf. Wir sind wieder auf der richtigen Seite. Oh nein! Nein! Wieso? Jetzt findest du die ganzen... Diese blöden Respawn-Dinger? Ja! Weißt du, was ich hab? Weißt du, was ich hab? Den Super-Hockey-Puck! Oh nein! Oh, 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 verdammt! Nein! Wir machen den Super-Hockey-Puck da! Okay. Oh, meiner ist schon kaputt. Der hat immer nur zwei Schläge, ist das Problem. Oh nein! Au! Oh nein, nein! Okay. Nicht schlimm. Oh nein, das war überhaupt nicht so geplant! Hoppala, ich hab mich geänderperlt. Oh, Ronja! Oh, okay. Nicht schlimm, nicht schlimm, nicht schlimm. Wir sind auf Aufholjagd, okay? Bam! Oh, was willst du machen, hm? Willst du mich... Willst du mich starken? Willst du mich noch weiter... ...encouragen? Nein! Boostet ich das? Ja, das boostet mich. Oh mein Gott, ich bin so bad! Oh, ich bin so mitten! Irgendwie ist das... ...sehr beruhigt, dass wir dich jetzt so hoch runterpfluckt. Okay, das ist es. Das ist die Tor-Chance. Jetzt nichts vermasseln. Nein! Willst du... Hallo? Hallo? Findest du das lustig? Stopp! Oh nein, oh nein, Ronja. Okay, weißt du, was das ist? Das ist der Super-Hockey-Stick! Oh, ich hab daneben geschossen! Nein! Ich bin so schlecht! Nein! Okay. Oh, dann läuft noch ein... Oh! Nein, 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 nein! Oh, ja! Ich werd wahnsinnig! Das ist jetzt das zweite Mal! Hallo? Ich bin Torwächter. Ich krieg das hin. Das ist nicht so schwer. Hör auf! Immer mal eine Torwart zu werden, okay? Das ist nicht lustig! Das ist nicht lustig! Ey, Torwart zu spielen ist ja eigentlich richtig einfach. Das ist richtig überpowered, wie sie wirkt. Hör auf! Hör auf zu lachen. Das ist Mobbing hier. Okay. Weißt du... Nein! Oh! Nein! Ich bin so gut! Red Team wins! Bin ich Red Team? Nein. Nein, wisst du nicht. Ich bin Red Team. MVP war richtig Ronja. Danke, danke. Ey, ich fand das richtig witzig. Das war voll Spaß. Ey, Leute, ihr könnt ja mal einen Daumen hochlassen, wenn ihr mehr sehen wollt. Ey, das ist korrekt. Äh, falls ihr mehr sehen wollt, dann wisst ihr Bescheid, was ihr machen müsst. Ansonsten, äh... Glocke aktivieren. Richtig. Ich war's. Versuchst du mir vorzusagen, was ich sagen soll, oder was ist das hier? Ähm... Nein, abonniert den Kanal, wenn ihr nichts mehr verpassen möchtet. Und abonniert die Glocke, wie Flo schon euch zugeflüstert hat. Abonniert die Glocke. Aber hab ich abonniert die Glocke gesagt? Nein. Egal. Okay, macht's gut, ciao! Bis zum nächsten Mal.